Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Bauer Call. Na, ist es nicht wieder typisch für diese Jahreszeit? Jetzt wo die Ferien kommen, da haben die Kinder Angst vor die Zeugnisse und die Eltern tun so, als wenn das wichtig wäre. Hör mal, ich kann dir aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, aus meiner wirklich eigenen Bildung wird total überschätzt. Das ist überhaupt nicht notwendig. Guck dir damals an, hier unser Erich, der Honecker, der war Dachdecker, der hat die DDR jahrelang im Griff gehabt. Oder hier unser Außenminister, der Joschka Fischer, der hatte sein Diplom in Straßenbilder gemacht. Wichtig ist nur der Charakter und nicht das, was du gelernt hast. Das, was du noch lernen willst, kannst du dazu kriegen. Und dann sagen die mal, man müsste mit der Zeit gehen. Guck mal hier, die Schiefertafeln heutzutage in die Schule, das haben wir doch damals schon gehabt. Nein, nein, das ist überhaupt nicht wichtig. Gut, die Kopfnoten, dass wir ein bisschen mehr auf dem Verhalten gucken. Verstehst du? Charakter und Verhalten. Das glaube ich, da kann man schon ein bisschen nach. Aber alles andere. Und mir und mich, hör mal, da bin ich auch prima mit durchs Leben gekommen. Hau rin und pisch nicht in. Es sei denn, du brauchst es für die Fliegestufe. Wenn du mit der Schule nicht gehst, dann machst du gleich die Stufe. Nicht Schwimmstufe. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls, etwas anderer Wochenrückblick. Das war usleristen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.